Hallöchen und herzlich willkommen zurück im Hafen hier! Porto le Gratia Ach, schon ist die Waffe leer! Das finde ich scheisse! Der fährt doch! Komm doch hier! Ah, jetzt ist er tot! Gut! Ich brauche Waffen! Da hinten hat's eine! Die Waffe ist zwar geil! Hat aber nicht viel Munition, das ist ein bisschen schade! Da habe ich auch schon keine Munition mehr! Ah, ich habe noch 6 Schuss, ok! Nur 6 Schussgefähr gehen natürlich schnell! Das würde mich noch interessieren Wo denn die Boote sind, die hier gekommen sind? Die sind ja immer noch hier! Gehen wir doch mal auf eines von denen! Hier ein bisschen aufräumen! Zum Beispiel das hier! Ich weiss nicht ob das die beste Idee ist, hier mittendrin! So! Mit ein bisschen Deckung könnte das machbar sein, hier! Der weg! Boah, jetzt kommt gleich der Luftangriff! Ja! Shit! Immerhin gibt's noch das Wasser! Zum Glück! So hoch! So hoch! Oh ne, jetzt sterbe ich gleich, oder? Boah! Ach! Raus! Ja! Ich lebe! Ich lebe noch! Oder? Ja, den Heli hat mich auch gecaptured! Kein Problem! Mal schauen, was da draussen noch lebt! Ich glaube nicht mehr so viel! Ach! Ein Boot auf jeden Fall! Hallo! Hallo! So! Komm her, du! So! So! Ja, die Boote, die sind... Verlebt der Captain noch! Er ist getroffen! Muss aber nicht mehr viel sagen hier! Die Boote sind leider im Arsch! Ich habe sie zwar nicht zerstört! Ihr könnt sie ja gerne wieder abholen, kommen! Doch leider haben sie keine Besatzung mehr! Leider, leider! Ach! So, dann sah man gar nicht mehr richtig! Pah! In welchem Schuss bin ich denn hier schon wieder? Ihr könnt auch mal die Waffe wechseln! Die ist zwar geil, die Arte, aber der Schuss... ...reicht leider nicht ganz aus! Ach, die Waffe ist scheisse hier! So, die gehört ja uns! Da ist ein Helikopter! Ich weiss nicht, ob das ne gute Idee ist! Ach komm, wir versuchen es mal! Es hat sicher noch Anttière hier herum irgendwo! Da unten zum Beispiel sehe ich gerade eine! Na, das wird ja lange gehen, bis wir abgeschossen sind! Ja! 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 Boah! Mit dem Fallschirm so tief gefallen! Tiefer kann man nicht mehr sinken! So! Raus da! Und wo ist denn das? Gegner Horden? Hier! Also, die Sekundär die ist einfach wie ein MG! Rums! Machen wir doch hier aber auf! Kopf hoch! Komm's denn du her! Vielleicht kommen ja mal irgendwelche Rebellen! Helfen hier! So! Den hab ich jetzt erwischt. Ach, da haben wir doch ein schönes Spielzeug. So, ciao, Satellitenschüssel. Was der Türmchen. Der Türm stürzt auch noch einen, oder? Hallo? Ja. Wow, wie? Von was? Ach, der wurde gleich abgeschossen. Von den... ...Antiär, die an uns gehören. Könnte sein. Hab ich ja schon. Oh Mann. Bereits erledigt. Hier hinten ist noch was. Ja, mit der kann man mächtig aufräumen. So. Also du kommst her, hier. Hahaha. Da wär noch ein Helikopter. Hier. Da wär die Brückensteuerung noch für die Marine. So. Komm. Das reicht. Ein bisschen können wir auch noch selbst machen. Hier oben scheint nicht mehr viel zu sein. Der da noch. Boah, da ist noch ein Sniper. So einer aber auch. So. Wo bist du denn? Hier. So. Da unten war auch einer. Da. So. Einmal so auch. Immer ein bisschen andere Methode. Da wird's einem nie langweilig. Oh. Munition. Alter. 420 Munition. Das ist natürlich ein Segen. Marineeinheiten knapp außer Reichweite. Deine Aktion, Rico. Ja. Komm sofort. Ah, schön. Eine Marineeinheit. Kommt noch rein. In mein neues Zuhause hier. Habe ich schnell äh. Ja. Schnell gemietet. Nicht schwer. Ah. Das war eine Scheissverbindung. So. Oh shit. Da oben ist. Nicht mal schlecht. Zuerst mal die anderen wegmachen hier. Oh shit. Da oben ist. Die da zum Beispiel. So. Der ist auch weg. Wo ist er? Dahinten. Boah. Gar nicht gut. Schnell jetzt. Sonst geht das wieder schief. Ich weiss wie das ist. Ach nee. Das werde ich nie schaffen bis dahin. Wenn ich auch noch abgeschossen werde von hinten. Waffen haben wir immerhin glaube ich. Schnell den Haken. Der fährt gleich weg. Ich wette. Natürlich muss man den orten. Wenn wir so weit weg sind. Ist ja klar. Das wäre jetzt nicht vorher gegangen. Genau jetzt. Komm jetzt her da. Du Sack. Captain. Ciao Captain. So. Jetzt übernimmt der neue Captain hier. Der Captain nämlich alles. So. Gehen wir da rüber. Wer schießt du da noch auf mich? Ich bin der neue Captain. Komm her du. Schlingerl. So. Kein Problem. So. Den da oben haben wir erledigt. Was fehlt denn noch? Noch eine Satellit Schüssel. Noch kein solches. Also nicht mehr viel. Haha. Die habe ich. So. Also ein schwer gepatzeter. Oh. In zwei Visieren. Das wird scheisse. Ich wette. Ja. Nee. Nicht mal gehackt. So ein scheisse. So. Einer ist weg. Also ein scheiss Sniper. So. Alla. Du wagst es da drüben. Mich hier zu stören. So. Jetzt aber. Oder? Yo. Dann können wir nämlich den Heli nehmen. Dann ist nämlich eins sicherer. Oh scheiße. Ja. Ich habe keine Ahnung. Was der da will. Ah. So tut um. Auf mit der. Ja. Tatsächlich. Der scheiss da. Komm den holen wir gleich weg da. Im Gegensatz zum anderen ist der nämlich machbar. So. Komm du. Ah. Er ist weg. Ah ja. Und was mir erst danach auch fiel. Hier steht die Geschwindigkeit übrigens in Knoten. Und nicht in KMH. Das finde ich sehr gut gemacht. So. Treibstoff. Du. 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 Heißt vorbei. Ah. Da ist ja noch einer. So. Tschüss. Oh ne. Nicht schon wieder die. Sie können Bewegungen machen, ja, dann gehen sie vorbei, die Schüsse. Ah, da hinten ist noch einer. So, der ist weg. Was fehlt denn jetzt noch? Nein, es fehlt noch. Transformator, aha. Wo kann denn der noch sein? Wir haben ja alles abgesucht. Der Helikopter dreht auch nicht mehr, so wie er bald das drehte. Ja, da drin wahrscheinlich, weil da... ...hab ich ja nicht gerade. Starkill hat mich besiegt. Nein, sowas. Komm, wir gehen raus. Ah, hier sind sie schon wieder, die Pender. Ah, gleich hier gelandet. Ah, hier muss doch irgendwas sein, hier, dieser Ort hier, wo man so von überall getroffen wird. Aber ich könnte auch auf die Karte schauen, ganz ehrlich. Ja, ist gleich. Ja, ist aber nicht der, den ich schon erledigt habe, oder? Nein, zum Glück nicht. Ich will ja hier nicht ausruhen. So. Und komm rein, und... Da drüben will einer alarmieren, weil es schaut, ob er noch da ist. Stria Focorre. Stria Focorre. Ah, Focorre. Ah, Focorre. Focorre. Oder Focorre. Le Gratiatur. Maschinengewehr. Maschinengewehr. Und vier von ihr Ansiedlungen. Yo. Sechs von neun Provinzen. Das war witzig. Wo machen wir weiter? Wie ist euer Status? Bitte komm. Verdammt. Ja, verdammt. So. Lavanda gehört auch uns. Wir sind heute sehr weit gekommen, wenn ich ehrlich bin. Da ist noch ne Kirche. Da wäre ein Maschinengewehr Wahnsinn. Le Gratiatur. Oh, das wäre wieder... Gehen wir doch mal da in die Kirche. So. Ach. Obwohl Maschinengewehr Wahnsinn eigentlich auch nicht so schlecht tönt. Warte mal schnell. So. So sind wir immerhin weiter gekommen. Nur noch ein bisschen warten. Dann können wir anvisieren. Ach, komm schon. Jetzt. Wie er dann aus dem Wasser raus geht und so spritzt. Oh, das Radio. Seid gegrüßt Patrioten. Wollte euch nur mitteilen, dass die Basis von Porto Le Gratia zerstört wurde. Selbstverbesserung ist das Zauberwort und wir nehmen es ernst. Die Rechte von Promis im Urlaub hingegen weniger. Viva Medici. Viva Medici. Viva Medici. Viva Medici. Ich habe das Maschinengewehr. Was kann ich... Wo kann ich am meisten anrichten? Hm. Ja, da hinten waren ja einige Sachen. Aber mit dem Maschinengewehr ist sowieso nicht gut. Na gut. Ja, das geht schon mal schief. Gut. Der fällt auch rum. Weiter nach hinten. So. Also ja. So schlecht ist das Maschinengewehr nicht. Aber. Wo bin ich jetzt? Ach. Fisch. So. Nee, doch da. Ah, da war doch hier oben noch was. Na gut. Das gehört ja nicht dazu. Das ja auch nicht hier. Ah, hier. So. Gut. Hier hinten war noch der Tank, oder? So. Da war noch einer. 16 Sekunden. Komm. Schaff doch nur eins oder andere Art. Ah. Schaff dich mal eines. Kann ich mich selbst in die Luft sprengen. Schlechter geht es ja nicht. Kommt. Jetzt schaff ich noch. Wow. Glück gehabt. Naja. Im Spiel. Ein Ass. Also sag ich jetzt mal. Aber hier eine Katastrophe. Selektives Glas wäre die nächste Freischaltung. Komm. Ich will es nochmals versuchen. Diesmal gehen wir in die andere Richtung. Glaube ich. Was ist, wenn ich da hinzugehen? Da gibt es nämlich. Gut. Kriege ich das kaputt? Das ist natürlich die andere Frage. Es zählt ja nur das Maschinengewehr glaube ich. Also nichts anderes. Okay. Dann gehen wir doch dort schnell hin. So. Unter Wasser tauchen. Dann. Ich glaube die grossen Tacks. Ich kann es ja mal versuchen. Auch mit dem Seilen. Vielleicht zählt ja das auch. Das wäre blöd. Dann könnte man auch ein Heli nehmen. Und schnell alles abrasieren. Hier. Ich glaube wir starten hier vorne. So hier. Und los geht's. So da drauf. Komm schon. Weg ist sie. Nachladen. Und drauf. Nützt das überhaupt etwas? Ach. Das ist natürlich der Kacke. Nur Kacke hier. Ne. Das ist natürlich der Kacke. Fuhr. Das wird noch weniger geben. Als letztes Fall. Das weiss ich jetzt schon. Ja. Da. Leute ich mich selbst wieder weg. Nein. Nicht hier hinten. Ich. Zählen jetzt. Die Kugel. Die gleiche. Explodiert. Ja. Aber nicht gerade tief. Boah. All. All. Äh. Ja. 3300 besser als letztes mal naja wir machen Steuerung und verlassen das mal ja das war jetzt eine super Mission zum Abschluss würde ich sagen gehen wir mal schnell hier aus dem Gelände raus ich will ja wirklich nächstes mal bei der Aufnahme dann diese Mission machen wo war denn das Dorf ja da oben kommt hier noch ein Auto vorbei nicht gönne ich mir mal schnell Auto gut den brauche ich jetzt nicht gerade wenn ich ehrlich bin wir nehmen doch mal sowas hier den da haben wir keine Signale mehr muss zuerst wieder zur Garage gehen dann machen wir dann natürlich auch den Überläufer ist ja klar so überschön so habe gemerkt so geht es fast am schnellsten wo ist denn die Garage hier ja hier unten ok hier spielt die Musik bei mir bald nicht mehr wir gehen jetzt noch zur Garage wenn wir das hinkriegen dies hier genau Signale wow wow ein Signal sowas aber auch wann kann ich wiederkommen ich würde sagen hier mache ich eine Aufnahmepause und wir sehen uns dann wieder hey wir sehen uns dann wieder ich will auch so ein Teil ja ja in der nächsten Folge wenn wir dann den Überläufer hier starten bis dann vielen Dank fürs Zuschauen Tschüss